Der Batman ist mein Lieblings-Superheld, obwohl er gar nix drauf hat. Er kann ja nix, das stimmt doch nicht. Der Batman kann doch gar nix. Der Batman kann doch gar nix. Der Batman kann immer nur mit seinem Auto durch die Gegend fahren. Sieht immer aus, wie wenn er zu so einem tunden Ball auf dem Autobahnparkplatz fährt. Sonst kann der Batman ja gar nix. Der Batman ist der allergrößte Superheld-Spastiker, der rumläuft. Der Batman heißt im richtigen Leben Bruce Wayne, hat ne Doppelidentität. Er kriegt das erst mal hin, ohne schizophren zu werden. Und wenn er dann der Batman ist, schwingt er sich da an seinem Seil durch die Häuserschluchten von Gotham City. Der Batman hat ein Bat-Bumerang, das volle Programm. Eididai hat er Bat-Bumerang. Jetzt hab ich aber Angst vor dem Batman. Kannst du es gut sein lassen? Hat er so kleine Drecks-Bumerang wie so besoffene Aborigine oder was? Slammer. Gar nix hat er drauf, der Batman. Im Gegensatz zu den anderen Superhelden. Jede einzelne andere Superheld hat ja mehr drauf als de Batman. Na klar, zum Beispiel de Hulk oder was? Zum Beispiel sogar de Hulk. De Hulk kann net mal reden, wenn er grün is. den Plan um 6,2 boom, izquierd, die oder gar Push, Die 2.